Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, da die Obfrau des Dahlbeaters Wiedermannsdorf, Frau Dixi Dahlos, heute etwas anderes Vorhaben, darf ich Sie als Chefvertreter auf dem Markt heute zur Abwechslung herzlich begrüßen. Insbesondere möchte ich unsere Ehrengäste, Herrn Bürgermeister AG, Herr Regierungsamt Karl Schrappenholzer, des Bestes für den Gemeinderat Ingenieur Wolfgang Heiß, Gemeinderätin Dr. Brigitte Benez, den Präsidenten des Dahlbeaters Wiedermannsdorf Wodekind, Wolfgang Heiß. So ganz kurz zur Geschichte des Dahlbeaters. Im Februar 2007 hat sich einige Theater interessiert, der Aussichter-Kollege, die sind junger, zusammengefunden mit dem Ziel, die kulturelle Präne in Wiedermannsdorf um eine weitere Facette überweiter. Es ist getrunken, eben während 2017 wurde von der Wiedermannsdorf das Jahresstück beraten, lesen nicht, aufgeführt und das mit vollem Erfolg, sodass auch die Erwachsenen mit unseren Worten sind sicher ein Stück höher zu glauben. Unterstützen wir dieses Projekt durch zahlreiche Spänkte aus der Bevölkerung von befreundeten Firmen. Und dafür möchte ich mich im Namen des Vereins jetzt schon herzlich bedanken und die Bitte, mit der Bitte auch in Zukunft das Wohlwollen zu erhalten. So, damit möchte ich Ihnen einen verdünftigen, erfreulichen oder eingefleidigen anfühlen und den Schauspielerinnen und Schauspielern voll toll toll und natürlich mit Applaus. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Dann hole ich meine Kacke und der Stich, Stich, Stich. Aber Anton, gezingern Sie doch nicht zu laut. Sie wissen doch, mein Mann schläft. Pardon, wenige Frauen. Der Ärmste hat bis erst um vier Uhr nachts nach Hause gekommen. Er hatte eine wichtige geschäftliche Konferenz. Aha. Was ist denn da schon wieder? Schauen Sie mal nach, wer draußen ist. Aber leise. Das ist ja gut, Madame. Es ist ein Troschenkutscher. Er möchte in denjenigen an der Söldig sprechen. Ja, Troschenkutscher? Na, lassen Sie ihn herein. Kommen Sie herein, bitte. Morgen. Was wollen Sie denn von meinem Mann? Meinen Mann? Sie sind die Frau? Ja. Ich habe mir sehr klein denken können. Aber wenn es so ist, ich glaube, dann komme ich doch besser ein anderes Mal wieder. Wieso können Sie es mir denn nicht sagen? Na ja, was habe ich? Das ist so wenig und so. Hm, war aber nicht. Schaut Sie, versehle ich, die Geschichte ist diese. Der Mann war da letzte Nacht mein Fahrgast. Und Sie halten es nicht für möglich, was die Leute alles so vergessen. Und in der Früh, Sie meinen Stammplatz, kommen in meinen Troschen rein, schauen, was ich doch für Entdeckungen mache. Dass das niemandem angeht. Wahnsinn. Und auch vor der letzten Fahrt mit dem Herrn Garten habe ich ein Souvenir übrig. Ja, was ist es denn? Hm, das hätte ich gern wissen. Dieses Tascho hier. Ist es ja weggeblieben. Das ist eine Damentasche. Das kann auch mal wirklich meinem Mann gehören. Ich glaube, das ist ja gar keine Red. Aber dem jungen Fräulein, mit dem wir die ganze Nacht unterwegs waren. Ja, erlauben Sie mal, mein Mann ist heute Nacht mit einem Fräulein in der Troschke gefahren. Genau so war es. Unten beim Willenhaus habe ich ihn auch hinten in meinem Stammplatz. Da sind Sie alle zwei mit drei Odem Packerler eingestehen in meinen Troschke und die Eltern um sich völlig vertessen. Aber Frau Seibold, ich muss Ihnen sagen, es ist kein Grund der Beruhigung. Es war ja nur seine Nichte. So, so, seine Nichte. Naja, zumindest habe ich immer nur gehört, Onkelchen, Onki. Und so ist es in einer Tour gegangen. Schon gut, Sie können gehen. Sie können gehen. Die Stirnl von Tanz. Finde, wenn man das Scheibe nicht mehr aufwacht. Gut, der Hans geht ja. Da geht es gut. Das ist... Was heißt das? Ein Schilling! So klein. Du darfst schon in die Welt hinaus. Also heute sage ich Ihnen gleich, wenn ich wieder einen Fund habe, egal was ist in meiner Troschen, dann bringe ich den Seibold persönlich vorbei, weil der, der weiß, was sich gehört. Na, da hört sich doch alles auf. Na, warte, das hirst du mir büßen. Aber, gnädige Frau, seien Sie doch etwas leiser. Ihr Mann schläft doch noch. Also scheren Sie sich endlich hinaus? Ich glaube, heute setzt es noch was. Dieses Puffer. Schrecklich. Ja, guten Morgen, Kittchen. Du, entschuldige, dass du so lange heute mit dem Frühstück auf mich hast warten müssen, aber es ist gestern Abend ein bisschen spät geworden. Ich glaube, es waren die zwei Jahre. Vier Uhr war es. Na, nicht möglich. Also, bis die Zeit vergeht. Aber jetzt brauche ich einen Kaffee und ich habe einen Mordshunger. Sagt, mit wem hattest du denn heute Nacht die Besprechung? Ja, habe ich dir das gar nicht erzählt mit dem, wenn ich mir gesagt habe, mit Heinrich, Heinrich und Südrasse. Ja. So, guten Morgen, äh, guten Morgen. So, so, mit Herrn Heinrich, was ist denn das eigentlich für ein Mann? Jo, so, ein ganz reizender Mann, nicht? Ich hätte mich schon lange zu unserem Haus eingeladen, aber er hat seit nicht mehr so ein bisschen Stiegensteigen. Aber es ist kein Wunder, es ist ein Uhr-Achtziger. Und da ist er bis vier Uhr früh mit dir zusammen? Ja, unglaublich, nicht? Aber der Mann ist von einer Jugendfrische, unglaublich kolossal, ey. Aber sagtest du nicht eben, er sei so alt und gebräglich? Jo, tagsüber. Aber in der Nacht ist er nicht wieder zu erkennen. Wie ausgewechselt. Speziell wenn es ums Geschäftlige geht. Boah, der kennt ja kein Ende nicht. Der hätte ja noch weiter diskutieren wollen, aber ich habe dann auch die Uhr gesehen und gesehen, es ist schon später, als habe ich ihn getackt, in die Droschke gesetzt und nach Hause gewinnt. Ja, das ist nicht gewandt und halt los. So ein Depp. Entschuldige, vom Wasser haben wir gesprochen? Von der Droschke. Ja, die Droschke. Ja. Ja, aber sag mal, was anderes. Wie lange, selber interessierst du dich denn so für meine geschäftigen Angelegenheiten? Durchaus nicht. Ich wollte nur wissen, ob du mit Herrn Heidenreich einig geworden bist. Ja, beinahe. So, so. Na ja, also, wenn wir noch weiter diskutiert hätten, wären wir sicher zu einem Abschluss gekommen. Aber, na ja, ich war halt schon sehr müde, nicht? So, so. Na ja, bitte nicht, um vier Uhr in der Früh, aber noch ein, zwei, so ein paar Anlungen und die Sache ist im Sack. So, so. Sag mal, du machst mich ganz nervös mit denen. Se, 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 se. Was ist los halt mit dir? Nichts. Ich finde es nur merkwürdig, dass dein alter Geschäftsfreund in der Droschke eine Damenhandwasche verließt. Du wirst mir jetzt sicher nicht glauben, wenn ich dir erzähle, dass der alte Heidenreich mit so einer Tasche reißt, oder? Ich glaube mir ab heute überhaupt nichts mehr. Ich glaube auch nicht mehr an meine nächtlichen Konferenzen. Und solltest du in Zukunft eine Besprechung mit einem Geschäftsfreund haben, dann werde ich mich vorher davon informieren, ob der betreffende Akkirgit existiert. Ach, doch, geht. Versuch, dich nicht herauszureden. Damit hast du bei mir kein Glück. Das scheint mir auch so zu sein. Ich meint es doch ohnehin gleich, wenn du mich beschwindelst. Nein, da siehst du wieder was, deine treue Seele, ich bin. Schon gut. Und wenn du schon in Zukunft auf mich keine Rücksicht nimmst, so denke bitte daran, dass du eine erwachsene Tochter hast. Das habe ich vergessen. Wie? Na ja, ich hätte beinahe vergessen, dass sie heute wieder nach Hause kommt. Das hätte ich vergessen. Sag, wann kommt denn der Zug aus Graz? In einer Stunde. Also weil ich ein bisschen mit dem Frühstück. Du kommst doch mit auf die Bahn. Ja, dafür kannst du da fragen. Ich bitte dich. Obwohl ich mich doch schon so auf unser Kinderkreuz habe. Die haben ja doch schon so schwer getan, sie für ein ganzes Jahr lang nach Graz ist ganz. Nein, im Hause von meinem Bruder war sie doch wohl gut aufgehoben. Natürlich, natürlich. Aber jetzt lassen wir sie nicht bei uns raus. Vergisst wohl ganz, dass unsere Gärtin eine heiratsfähige junge Dame ist. Na natürlich nicht. Aber sie kann sich doch irgendwie einmal dort für einen Garten finden. Ich werde schon richtig ausmachen. Ja, da kann was Schönes dabei herauskommen. Na ja, es muss ein Mann sein mit Grundprinzipien. Solide, ehrlich und treu. So wie du. Ja, so wie ich. Na ja, er kann sogar noch treuer als ich sein. Und ich habe auch schon den richtigen herausgefunden. Na, da bin ich aber wirklich gespannt. Gegen den hast du nicht mal du etwas haben. Es ist nämlich das. Ach, sie ist schon da, sie ist schon angekommen, gnädiger Herr, gnädige Frau. Im Auto ist sie vorgefahren. Ja, wer denn? Ja, das gnädige Fräulein. Ja, wie denn passt denn? Der Zug aus Graz kann ja noch gar nicht da sein. Und im Auto? Na, das ist ja merkwürdig. Mein liebes Mama. Ja, ganz schön. Mein Kind. Jetzt lasst mich auf, wenn wir nicht zu 50 Prozent an unserer Tochter beteiligen. Da hast du mich. Mein guter Papa. Ja. Na, was sagt ihr zu Überraschung? Schick war's? Ich bin sprachlos. Und du bist mit dem Auto von Graz her gekommen? Ja, mit 70 Kilometern Geschwindigkeit. In drei Stunden sind wir Hergesaus. Es war wundervoll. Ich bringe die Bett nach oben, ich bin bis vorhin. Danke, Anton. Sag mal, liebes Kind, mit wem bist du denn im Auto hierher gefahren? Ach, bei einem ganz wunderbaren Mann. Ich habe ihn gerade kennengelernt. Wie bitte? Mhm. Er heißt Heizfäner. Ein Erbrettermann. Das wundert mich nicht, dass du auf so einen Reinfeld ist, das Opfer. Hör auf mit deinen Albernach. Der schaut doch wirklich sehr sympathisch aus. Mhm. Außerdem dürfte dir sein Name nicht ganz fremdseitig haben. Ach so? Ja, er ist nämlich der Sohn vom Kommerzialrat Bellner. Ein Geschäftspartner von dir. Na, sehr was. Aber der arbeitet doch wenigstens in der Fabrik seines Vaters mit, nicht? Nicht doch. Wozu denn auch? Sein alter Herr ist so fleißig, arbeitet von früh bis spät in die Nacht. Und verdient so klotzig viel Geld. Na, dir. Wer gibt es wieder aus? Na, das ist angenehm bestimmt. Er sagt, er ist direkt für ein Gebot sozialer Gerechtigkeit, eine allzu große Anhäufung des Väterliebenkapitals zu verhindern. Na, das ist einmal ja ein Schraubender, Seel. Das ist es in der Tat. Außerdem ist er ein berühmter Tennisspieler, ein passionierter Seeler, auf der letzten Regante hat er den zweiten Preis bekommen. Und im Tanzturnier in Wien hat er sich die Meisterschaft in Jimmy geholt. Ja, warst du nicht der selten Tag? Ja, Herr Fellner hat mich außerdem in Graz im Foxtrotzklub eingeführt. Ja, da müssen wir wieder dankbar sein. Wirklich. Ja, wir sind famosa veranda eingetanzt. Ja, weißt du was, dann wird es Zeit, dass er wieder famosa auseinandertanzt, gell? Julius. Ja. Er sagt noch, dass es jameschal ist, dass ich Graz im Foxtrotzklub verlassen muss. Eine solche fesche Partnerin würde erschwerlich wiederfinden. Ja, du weißt du was, ich hätte eine Idee, was er denn wird, wenn wir deine Mutter für ein paar Wochen herunterschicken würden. Na, geht, genau. Auch mit diesem Scherz. Also, auf mich wird ich, Herr Fellner, aufgrund deiner Erzählungen äußerst entzückend. Nicht wahr, Mama? Ja. Ein lieber Kerl. Ein lieber Kerl, ein ganz voller Junge ist das. Papa! Du sei mal ganz ruhig. Wer hat denn mich erlaubt, mit einem willfrengen Mann am helllichen Tag mit Auto herumzufahren? Immer noch besser, als wenn ein alter Mann mit einem Mädchen des Nachts allein in der Trost gefährt. Das gehört dir nicht hierher. Ich begreife nicht, Papa. Was ist denn da weiter dabei? Das sind doch längst überwundene Spießeranschauungen. Ich bin doch schließlich kein Backstisch, wenn dein Mutters Rockzitzel hängt. Wenn du ein biederes Dorfmädchen aus mir machen wolltest, dann hättest du mich nicht in die großteitsch, 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 großteitsch dürfen? Doch, wenn ein moderner Mensch hat Manieren, er ist interessant, ein Lebemann. Der Sauglock, wer weiß, wie viele Liebschaften der schon gehabt hat. Ach, eine ganze Menge. Und er macht doch gar keinen Hehl daraus. Ihr glaubt nicht, wie verrückt alle Frauen nach ihm sind? Und das Gefilte? Gewiss, das macht ihn doch jetzt interessant. Und es ist doch sehr schmeichelhaft für mich, dass ein so viel begeisterter Mann, dem alle zu Füßen liegen, gerade in mich beliebt ist. Das stimmt ja nicht, der aussieht. Gott, Papa, bist du rückständig. Jedenfalls, das sag ich dir gleich. Wenn ich mal heiraten sollte, dann nur einen gereiften Mann. Glauben wir, Papachin, das wären die besten Ehemänner. So, und jetzt mach dich so ein Gesicht, nachher seht ihr nicht so weit. Ich bin in die gefälligste Stimme im Zimmer. Danke, Anton. So, ich geh mich jetzt frisch machen. Adieu. Bitte, was sagst du zu deiner Doktor? Ich finde, das Wedel hat vollkommen gut. Da hört sich doch alles auf. Gidius, ich brauch dich bloß anzusehen. Du bist ein lebender Beweis für die Richtigkeit ihrer Behauptung. Du warst das Muster von einem Bräutigam. Als ich dich geheiratet habe, konntest du mich bis 13. Heute auf deine alten Tage spielst du den Lebemann. Das gehört jetzt nicht hierher. Du magst eigentlich nächtliche Drostenfahrt. Jetzt steig mal runterfahren, jetzt hat der Drostenfahrt. Da ist mir ein Mann, welcher Fehlner, viel, viel lieber. Der hat eben seine Dummheiten schon vor der Hochzeit gemacht. Aber, Mädchen, du kannst es doch nicht ernst meinen, so einen Windgarten unserer Tochter zur Ehefrau zu geben. Selbstverständlich, wieso denn nicht? Da hört sich alles. Nein, 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 stopp. Nein, das ist ausgeschlossen. Außerdem würde das alle meine Pläne durcheinander werfen. Ja, deine Pläne. Du erwähntest es vorhin schon, aber hättest du die Freundlichkeit und würdest du mich auch einweihen? Na, sehr gerne. Ich möchte keinen Schwiegersohn, der Fuchs, der tanzt und der Dänisch spielt. Ich möchte einen Menschen, der sich in meinem Geschäft ausklingt, der standhaft ist, ehrlich ist, strebsam, intelligent. Kurz, einen Mann, den ich mit Ruhig kippe, meine Tochter und meine Firma überhaupt machen kann. Und das wäre? Mein Kumpel. Herr Stieglitz, dein ehemaliger Buchhalter? Ja, er hat das Buchhalter bei uns begonnen. Durch seine strebsam intelligente Art und Weise habe ich ihn zum Brokeristen gemacht. Und danach zu meinem Kompagnon. Und jetzt wieder mit Schwiegersohn und du wirst mich dafür unterstützen. Ich denke nicht daran. Wieso nicht? Wieso, das fragst du noch. Alleine der Altersunterschied. Herr Stieglitz ist mindestens 15 Jahre älter als unsere Gerti. Naja, wenn du 15 Jahre jünger als ich wärst, ich hätte nichts bekommen. Das gehört nicht, wir werden. Und außerdem, du hast es gehört. Gerti hat sich's nun mal in den Kopf gesetzt, nur einen welterfahrenen Mann zu heiraten. Einen, der auch anderen Frauen gefängt, auf dessen Liebe sie stolz sein kann. Und der Herr Stieglitz ist das ganze Gegenteil von dem, was sich unser Kind unter dem Ideal eines Ehemannes vorstellt. Und außerdem, er ist nicht gut gewachsen. Das kann man so nicht sagen. Das ist ja nichts fein. Er hat keine Manieren. Na nur, weil er dir nicht ständig die Hände abkriegt. Seit 10 Jahren, jeden Sonntag, ist er bei uns zu Tisch. Bankt sich den Bauch voll, dass ihm die Knöpfe abspringen. Und mir? Mir hat er kein einziges Blümchen mitgebracht. Wie kann man nur so klein sein? Wie sieht der Mann aus? Wie zieht er sich an? Kannst du dir vorstellen, dass sich schon jemals eine Frau in den Herrn Stieglitz verliebt hat? Also ich nicht. Ja, Halleluja. Wirklich, wenn sich unsere Tochter so in einem Blödsinn in den Kopf setzt. Na gut, dann kann man das entschuldigen, sie ist 19 Jahre alt. Aber wenn du in deinem Alter bei so einer Blödsinn noch... Ja, Herr Seibold. Na, Sie lassen sich ja heute gar nicht mehr sehen, die kommt da. Sind Sie gestern wieder mal spät nach Haus gekommen. Pst, ach, Sie sind ja auch da. Da, Frau Seibold. Da, Herr Stieglitz. Was hat denn in der Frau? Seien Sie ein bisschen nett zu ihr. Sagen Sie irgendwas so Angenehmes. Wieso denn? Hat sie heute etwa Geburtstag. Mensch, steh jetzt. Was sagen Sie? Wie sieht mein Kindchen heute aus? Miserabel. Aber was ist denn, Frau Seibold? Sie haben sich wohl geärgert. Aber das müssen Sie nicht machen. Da sehen Sie gleich schon zehn Jahre älter aus. Sie sind halt wieder sehr liebenswürdig. Ja, Stieglitz. Sie pflegen. Stieglitz, Sie sind ein schrecklicher Mensch. Wieso? Das kann man doch keiner Freundsgesicht sein. Aber ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Und ich meine, nun, Ihre Frau sieht doch auch alt aus. Das wäre sicher auch. Nein, aber ärger Sie sich nicht. Ich werde es schon wieder gut machen. Jetzt haben wir Wichtigkeit zu besprechen. Hier schreibt C.M. Schürmer aus Amsterdam. Bezug nehmend, Ihre Offerte vom 12. des Monats März. Fragen wir geben es an, ob... Wie alt ist denn Ihre Frau? Wieso? Wann interessiert Sie das? Stimmt, eigentlich interessiert es mich gar nicht. So, fragt C.M. Schürmer aus. Stieglitz, lassen Sie mal das Geschäft, ich wollte gut sein. Ich habe dafür überhaupt geredet. Außerdem möchte ich mit Ihnen etwas sehr Wichtiges besprechen. Setzen Sie sich mal ganz gut. Und lassen Sie einen alten Schwummelblatt. Sie bekommen eine von meinen. Ich weiß, dass Sie sind ein passionierter Zigarrenroh. Und bitte. Hier. Schau, nehme ich Sie. Hier. Und vorher sollen Sie mich aufbekommen nachher. Ja, okay. Also, jetzt hören Sie mal kurz zu. Meine Tochter ist ja aus Graz zurückgekommen. So, ist sie wieder da. Die kleine Gerti. Oh, die kleine Gerti, bitte Sie. Das ist eine wachsene junge Dame, die Ohren. Stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Wenn man so ein Kind von kleiner Bann aufwachsen sieht. Ja, sie ist schon ein Kind. Nicht, dass ich mal kenne, oder? Das wissen Sie ja. Sie kennen sich ja. Aber das Besondere ist, ist sie nicht. Was? Wie? Ich meine die Zigarre. Dann nehmen Sie sich halt eine andere Mühle, die nicht schlecht. Nein, nein. Reden Sie ruhig weiter. Sie würden Sie nicht wiederkennen. Sie ist richtig hübsch geworden. Eine Figur hat sie, wie eine Mutter, elegant und schlank. Die kurzen Klicken sind belieber. Was? Nein, nein. Erzähl Sie mal. Na ja, sie ist klug. Sie hat was gelernt. Sie ist musikalisch und ausgesprochen. Gut, sie hat alle Eigenschaften, um ihre zukünftige Ehemann einmal richtig glücklich zu machen. Nur einen Fehler hat sie. Sie hat keine Luft. Die Gärte war immer eine brache, kluge Tochter. Aber in Graz hat sie sich so moderne, idiotische Ideen in den Kopf gesetzt. Und ihre Mutter, die unterstützt sie auch noch dabei. Die ist nicht besser. Nein, nein, nein. Das Mädchen war immer eine herzensgute Frau. Aber. Die richtig gut. Herr Stieckens. Wollen Sie jetzt weiter an meine Zigarren schicken oder wollen Sie mir zuhören? Regen Sie sich nicht auf. Die Sache ist erledigt. Gut so. Ich möchte meine Tochter verheiraten. Ach so. Verstehe. Und da wollen Sie die Mitgift aus dem Geschäft herausziehen? Natürlich nicht. Ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Und wenn ich dann in den Ruhestand gehe, möchte ich, dass die Firma Seibold und Stieglitz von Ihnen alleine weitergeführt. Na, was heißt das, würde ich verstehen? Herr Seibold, Ihre Ideen sind viel besser als Ihre Zigarren. Aber wird sich das hier ein zukünftiger Schneidersohn einfach so gefallen lassen? Sicher? Na ja. Frau Stieglitz, Sie sind doch sonst nichts zu begriffsstutzig. Sie soll meine Tochter heiraten. Weißt du, ich, ich soll Ihre Tochter heiraten? Die Macht. Moment, Moment, nicht so schnell. Ich meine, Sie werden ja schriegersohn ja furchtbar sympathisch. Aber wer weiß, vielleicht gefallen Sie gar nicht, der Gärtner. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, eine Ölösung möglich. Ich habe doch noch nie einer Frau gefallen. Nein, nein, wirklich, ich verstehe es ja auch nicht. Als Kind, da war ich eine Schönheit. Aber das hat sich dann später gegeben. Aber immerhin, ich bin doch schließlich ganz niedlich. Oder nicht? Nicht, aber bei den Frauen habe ich kein Glück gehabt. Ich kann Ihnen das sogar ganz genau erklären. Ich bin aber nicht. Sie haben keine Manieren. Sie sind immer so geschäftlich. Wenn eine Dame anwesend ist, dann muss man galant sein. Zum Beispiel, man betritt in den Raum, eine Dame es anwesend. Man geht ihr entgegen und sagt, küsst die Hand. Küsst die Hand. Küsst die Hand. Aber wie Teufel, Sie sind ja ganz schwarz hier im Fond. Ich konnte ja nicht wissen, dass Sie mit der Hand küssen wollen. Wie Sie eingezogen sind und wie Sie aussehen, schliegen Sie zumindest doch keine Frau nicht. Und den Rock, den Sie anhaben, den hatten Sie doch schon an, als Sie bei mir als Buchhalter begonnen haben. Stimmt, den hab ich damals eingekauft. Dieser Kragen, absolut unmodern. Diese Krawatte, stier ich nicht. Ist ja grausig. Nehmen Sie das Ding runter, Sie bekommen eine Frau dabei. So, hier haben Sie einen anständigen Selbstständiger. Der kostet 45 Schilling. Das zieh ich lieber mal von der Mitgift an. So. Und Ihre Hosen, die haben ja nie wieder mit Brügelfeifen. Und die Haare, um Gott, ich bin Wahnsinn. So. Setz Sie sich. Setz Sie sich hier! So. 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 Schauen Sie sich gleich menschlich aus. Jetzt nehmen Sie noch Ihr Taschtuch und geben Sie es in die Brusttasche rein. Gehen Sie bitte rein! Geben Sie das Ding weg. Nehmen Sie meins. Irgendwas steht da noch rum. Eine Blume. Ein Blutchen, ein Blutchen, ein Blutchen. So, jetzt geht es mal raus. Wie ausgewechselt! Wunderbar! So, jetzt strecken Sie noch Ihre Hosenbeine auf. Wieso? Regnet es draußen? Das regnet mir jetzt so. Und ich werde jetzt meine Tochter rufen. Moment, wie sofort? Sie müssen mit ihr schon selber reden. Sie müssen ja einen Einer-Sandtag machen. Aber ich weiß doch gar nicht, was ich hier sagen soll. Ich habe doch so etwas erlebt und noch nicht gemacht. Stille Sie sich in den Herakoff, das schaffen Sie schon. Courage, Courage! Anton, was bringen Sie da? Dieser Blumenstrauß ist schon eben abgegeben worden für das fädige Fräulein. Aha, und von wem? Vom Herrn Fellner. Und die jede Frau hat noch einen viel größeren bekommen. Hehehehe. Eben Sie es weiter hin. Und sagen Sie meiner Tochter, sie soll bitte mal herkommen. Ja. Sehen Sie? Der weiß, wie man es macht. Wer ist denn der Herr Fellner? Ja, das ist der Konkurrent, mein Lieber. Und der Frau gefährlicher noch dazu. Wenn Sie jetzt nicht drüber legen, mein Lieber. Ja, schnappt Ihnen die Gerte noch vor der Nase weg. Also, ich lasse Sie jetzt da rein. Ich vertraue Sie. Sie schaffen das. Also, gute Arsche. Haha. Sehr schön. Ich muss ein Hand-Date gekostet haben. Ach, Herr Stieglitz, Sie haben uns ja noch gar nicht gesehen. Guten Tag. Guten Tag, Fräulein. Sie sind alle so fröhlich miteinander. Und überhaupt, Sie kommen mir so verändert vor. Ich wollte Sie doch begrüßen. Ach so. Die wundervollen Blumen. Die sind für mich? Ja, die sind für Sie. Oh, wie ganz. Herr Stieglitz. Ich erkenne Sie ja gar nicht wieder. Und überhaupt, Sie kommen mir so verändert vor. Aber so geschnägelt, das kleidet Sie gar nicht. Nicht wahr? Sie haben sich aber auch sehr verändert, Fräulein Gerti. Was denn, Fräulein? Wie wir beide miteinander stehen. Ich weiß noch, als ich klein war, wie nett Sie immer mit mir gespielt haben. Sie wollten immer Opa-Opa-Reiter spielen. Und was habe ich Sie gepiesert? Erinnern Sie sich noch damals, als ich im Büro schon mit lauter Stecknadel gespickt habe und Sie sich dann ahnungslos drauf gesetzt haben? Sie hatten schon immer einzelne Einfälle. Und jetzt sind Sie eine erwachsene junge Dame geworden. Herr Stieglitz, Sie machen mir ja den Ruf. Nein, das ist mein Ernst, wie Sie eben gerade zur Tür hereinkamen und ich Sie so angesehen habe und Sie mich so angesehen haben. Also wirklich, bitte hübsch. Jetzt mache ich aber, dass ich fortkomme, sonst verlieben Sie sich am Ende noch an mich. Nein, Moment, das ist mir bereits schon passiert. Aber Herr Stieglitz! Unterbrechen Sie mich nicht. Jetzt habe ich endlich die richtige Einleitung gefunden. Und wenn Sie dazwischen reden, dann verliere ich wieder den Faden. Sehr geehrtes Freundin Gerti, Sie haben sich über mein verändertes Äußeren gewundert. Da haben Sie vollkommen recht. Die Osel hat mir Ihr Vater umgekrempelt. Herr Leute, damit sehe ich Wäsche aus. Jedoch meinen inneren Menschen, den haben Sie umgekrempelt. Aber lieber Stieglitz! Unterbrechen Sie mich nicht, sonst ist es aus. Bis wir uns verlassen haben, da waren Sie noch ein halbes Kind. Aber jetzt, wo Sie wieder da sind, wo Sie eben gerade zur Tür hereinkamen, zur Jungfrau entblüht, da habe ich mir nur gedacht, scheußlich. Naja, es ist doch auch scheußlich. Da läuft man so als Junggeselle in der Welt herum und kein Mensch interessiert sich für einen. Den Scheitel hat mir Ihr Vater gemacht. Und da habe ich mir gedacht, da wir uns doch schon eine halbe Ewigkeit kennen und Sie mich doch als Kind so gerne gepiesackt haben, wollen Sie meine Frau werden. Hahahaha! Herr Stieglitz, Sie wollen mich heiraten. Wie kommt Sie bloß auf die Idee? Sie sind ja ein lieber, netter Mensch. Ich bin auch davon überzeugt, dass es eine Frau sehr gut bei Ihnen haben würde. Aber als MEINEN Mann! Neben Sie ist mir nicht gehört und kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin in den Alter 1. Nein, nein, der Altersunterschied würde mich nicht genieren. Im Gegenteil, wenn ich mal heiraten sollte, dann nur ein gereift Mann. Aber der muss was erlebt haben. Der muss nicht nur mir, der muss allen Frauen gefallen. Ich muss damit stolz sein können. Mit einem Wort ein interessanter Mann muss es sein. Und lieber Herr Stieglitz, das müssen Sie doch selber sagen. Interessant sind Sie doch wirklich nicht. Sie werden mich gewiss für verschoben halten. Aber ich kann mir meine zukünftigen nun mal nicht anders vorstellen. Das darf Sie aber nicht abschrecken. Nein, Sie sollen heiraten. Nein, Sie müssen heiraten. Sie sind der geborene Ehemann. Und ich bin mir sicher, Sie würden ein anderes Mädchen finden das nicht so anspruchsvoll ist wie ich. Wir bleiben deshalb aber gute Freunde, nicht wahr? Auf Wiedersehen! Na, Stieglitz, wie ist es sonst? Haben Sie schon mit Ihnen gesprochen? Jawohl, die Sache ist erledigt. Das wird wahrhaftig. Da haben Sie Ihre Krawatte wieder. Und da Ihr Taschentuch. Ich habe es noch nie benutzt. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, es sei eine ausgezeichnete Idee. Ich solle unbedingt heiraten. Nein, nein, nicht so. Aber eine andere. Warum bin Sie denn jetzt nicht? Ich bin hier nicht interessant genug. Ich weiß schon, wo das herkommt. Von diesem Preistänzer. Diesen jungen Fellner. Der renommiert sich mit seinen vielen Liebschaften. Und das imponiert der Kärte. Das hätten Sie anmachen sollen. Wie geht's? Aber ich habe doch noch nie eine Liebschaft gehabt. Unglaublich. Sie könnten sich in keinem Antikum abstellen lassen. Gut, das brauchen wir meiner Tochter nicht erzählen. Aber Stieglitz, ich gebe noch nicht auf. Sie werden noch mein Schwiegersinn. Aber Sie sind doch nur ein Mann, der ein Teil Vorleben hat. Na gut, dann werden wir hier mein Vorleben produzieren. Mein Lieber, Sie werden noch schauen, was für ein interessanter Mann Sie sind. Sie hatten jahrelang ein Verhältnis mit einer berühmten Schönheit. Mit wem denn? Na, das weiß ich noch nicht. Und wie werden Sie das anstellen? Wir werden Ihnen mal Beweise bringen. Was denn für Beweise? Bilder, Fotografie, Zupersalte. Und wo werden wir den hernehmen? Stieglitz, Sie sind doch sonst nicht so. Gehen Sie runter zum Schreibwarenladen. Der, was die berühmten Bilder von den berühmten Schönheiten hat. Da suchen Sie sich aber auf und die bringen sie. Was denn? Was denn? Ich will Ihnen mal was sagen. Vor einer Stunde habe ich noch gar nicht daran gedacht, mich zu verheiraten. Aber jetzt, wo Sie mir diesen Floh ins Ohr gesetzt haben, die Idee gefällt mir ausgezeichnet. Und nachdem ich Ihre Tochter wieder gesehen habe, sie gefällt mir auch ausgezeichnet. Und die Idee mit Ihrem Bildern auch. Also schön. Wenn ich durchaus eine bewegte Vergangenheit gemacht haben soll, dann gehe ich jetzt in den Papierladen und werde mir ein paar Verhältnisse zur Auswahl vornehmen lassen. Und die, die mir gefallen, die kaufe ich. Auf Geschäftskosten natürlich. Ich will nicht. Oh, grüßte ich da gleich bei uns. Ja, Freude. Hilde, sehr schön. Schön, dass Sie da sind. Was gibt's denn zu Hause Neues, was macht der Herr Papa? Ja. Ich bin gekommen, um Gärte zu begrüßen. Ja, super. Dann wird er sich auch freuen. Ich werde Sie gleich... Saßen Sie nur, saßen Sie nur. Ich habe schon sagen lassen, dass ich da bin. Nein, so. Da ist sie. Sajun! Woher warst du denn, dass ich schon da bin? Frieda Meister hat dich gesehen wie du mit dem Auto gekommen bist? Und dann habe ich die Frau an welchen frabbiter getroffen. Sie hat mir erzählt, dass du nicht alleine gekommen bist. Und dann, wer war denn der junge Mann, der bei dir war? Das weiß man auch schon. Ach ja, richtig. Ich habe ganz vergessen, dass ich wieder am Land bin. Erzähl doch. Bist du am Ende verlobt? Ach Unsinn! Nur ein Bekanter auf Gras, der in seinen Magen hergebracht hat. Er ist Heinz, Helena. Ein interessanter Mann. Ich glaube, ich hab' sein Bild schon in der Corona-Zeitung gesehen. Pardon! Meine Dame! Ich empfehle mich. Hahahaha! Ein komischer Kotz! Wir müssen Sie nicht auslachen, Mädels. Er ist doch so ein lieber Kerl. Er ist nur heute ein bisschen verdattert. Daran bin ich schuld. Ich hab' ihn so gekränkt. Ich hab' ihm einen Kotz gegeben. Er hat ja doch nicht am Ende einen Heilungsantrag gemacht. Ja, denkt ihr? Also, wenn ich das dem Freund ihm erzähle... Geh doch, geh doch, geh doch. Lass uns noch ein Kaffee trinken gehen. Oh ja, das machen wir. Ich muss dir noch so viel berichten. In der Zeit, in der du nicht hier warst, ist hier ein Bier damals doch so viel passiert. Mach' die Tratscherei und lass' dich nicht gehen. Geh' mir! Ja, huuuu! Ich hab' ihn gehört zu sich. Da ist geschnach, Herr Herr. Und den Dennis für den Schippitippen. Mit den Hühner in den Hühnerstein. Ich mach' nix. Jetzt ist Zeit das Bewusstsein. Also, was haben Sie mitgebracht? Das ist alles, was ich auch getrieben habe. Hat eine Menge Geld gekostet. Sieben Schillinder Stück. Na ja, dann sech' ich's mal hier. Stichlitz! Das ist die Sarah Berner. Eine Ethere hätten Sie nicht gefunden. Du kannst mir ein Bild von der Großmutter, ne? Na gut, dann nehmen wir diese hier. Stichlitz, sind Sie von Gott verlassen? Was ist denn? Die ist doch aber sehr hübsch und so freundlich. Sehen Sie doch mal, wie nett sie lächelt. Ja, das ist die Mona Lisa. Das ist die Mona Lisa. Und schon immer für die Mona Lisa. Na, danke. Na gut, dann geht's nicht. Wie wär's dann, wie diese hier? Die ist zwar auch nicht eine dieöse, aber ganz freundlich und so freundlich, aber sie hat etwas Sympathisches. Stichlitz, wo haben Sie die aufgekrabelt? Wieso? Wie ist denn das? Mit der Können Sie unruhig ein Verhältnis krattern. Wieso? Das ist der Schauspieler Stalistante. Na, wenn Sie jeder etwas auszusetzen haben, dann bleibt nur diese eine hier. Das ist meine Prachtwein. Wieso? Wuh! 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 Na, das ist meine Prachtwein. Wuh! Wuh! Wer ist denn das? Wuh! Ritter Rey! Ritter... Genau! Die bekannte Filmschauspielerin! Die ist perfekt! Die nehmen wir! Die wird meiner Tochter imponieren! Meinen Sie? Ja, sicher! Erkennen Sie die nicht! Überall auf den Plakaten. Ritter Rey mit so großen Buchstaben! Nein! Noch nie gehört! Mach nichts! Meine Tochter kennt Sie sicher! Und meine Frau sowieso! Die haben sicher schon ein paar Filme mit ihr gesehen! So oft hast du die ins Kino laufen! Und mit der habe ich ein Verhältnis gehabt! Oh ja! Na ja, sagen wir mal so zwei bis drei Jahre. Entschuldigen Sie die Frage, aber hat das Verhältnis auch Folgen gehabt? Unsinn! Na ja, ich muss es ja immerhin wissen! Die Geschichte ist ja nicht jetzt vorbei. Hört das aus. Und zum Abschied hat sich dieses Bild mit. So, da muss jetzt natürlich noch keine Mitpunkte auf. Die werde ich mit Verständnerschrift schreiben. Es muss etwas Verfängliches sein. Und etwas Zerpliges. Springen Sie sich auch ein bisschen an, Stichwitz! Vielleicht ein Verschen? Eine wunderbare Idee! Was poetisches! Ist sehr gut! Wer wird denn weiter? Wenn man auseinander geht? Wenn er an der Ecke schon der Nächste steht! Die ist doch immer verrückt nach Ihnen! Na gut, dann passt es nicht! Dann nehmen wir halt etwas Klassisches. So ein Zitat aus einem berühmten Bühlenstück oder aus einem berühmten Stück. So, wo ihr Vorname vorkommt. Und Max, 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 ja. Wallenstein! Genau! In Wallenstein gibt es doch einen Max. Da befindet sich doch was. Warte, wie ist das gegangen? Ah, der ist schon wieder. Ich kann es nicht glauben! Ich kann es nicht fassen! Dass der Max mich verlassen will! Das reiht sich ja gar nicht! Das stimmt doch nicht! Na gut, dann werden wir jetzt selbst das ja finden. Dann dichten wir etwas. Das kann ja so schwer nicht sein. Am besten etwas mit Ihren Vornamen. Max, das ist schon mal gut. Max, Fratz, Datz, Fratz, Natz. Ach, ich hab's! Willst du mich verlassen, Max? Dann tut das meinen Herzen einen Knacks. Ah, ha, 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 ha. Dafür werden Sie auch nicht den Schüler preisbekommen. Ha, 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 ha. Bitteschön, wenn Sie es besser können, ich höre. Ja, ha, 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 ha! Hm? Hm, hm, hm. Vielleicht... Irgendetwas auf Rita. Hm. Ohne dich wär das Leben Pitta, Ja, ich liebe deine Rita. Mit dem dichten Laster besser. Gut, ich denke, das muss man schon als Kindergült haben. Passen Sie auf dich. Wir werden etwas ganz einfachen Schritten zu müssen. So. Genau. Ihren heiß geliebten Nacks. In ewiger Webe. Zur Erinnerung an Süße, unvergessliche Stunden. Ritter! Sehr gut, ich glaube, das passt. Und was passiert nun? Na ja, wir werden das auf ganz geschickte und raffinierte Art und Weise das Bild meiner Tochter spielt. Aber noch besser, wie das von meiner Frau. Und wir werden dir das anstellen. Es ist ganz einfach. Passen Sie auf. Sie stecken dieses Bild ein. Und zur Sicherheit in die andere. Und wenn meine Gattin wieder anwesend ist, sofern das einfällt. Wenn sie wieder anwesend ist, dann werden sie wie zufällig dieses Bild verlieren. Mein Kindchen, so neugierig wie sie es, wird sie in euch das Bild nehmen. Sie machen, wie wenn sie eine Todesschecke bekommen würden. Oh Gott! Jebelsfehlung! Irgendwas, ich will es ja schon sein. Mein Kindchen wird sich das Bild genau anschauen, wird die Wippen umlesen, wird zu meiner Tochter auf. Sie sind der interessante Mann. Und den Rest erledige ich. Mein Julius? Ja! Ach, du bist nicht alleine. Nein, dann komme ich später. Nein, nein, bleib, 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 bleib. Wir hatten etwas geschäftliches, aber wir sind gleich fertig. Nur einen Moment. Bitte schön. Stillez, das ist DIE Gelegenheit. Also, wir verbleiben, wenn wir es ausgemacht haben, wir sind aus deiner Fabrik. Adieu, Herr Stieglitz. Los geht's, los geht's. Empfehle mich, Frau Seibold. Adieu, Herr Stieglitz. Ich sagte doch schon, adieu, Herr Stieglitz. Sie beißt nicht an. Herr Stieglitz, was haben Sie denn da verloren? Oh, Himmel! Oh Gott! Ja, was haben Sie denn? Sie erschrecken ja so. Ganz blass sind Sie! Das ist ja eine Fotografie, aber das ist doch, das ist doch Rita Ray. Wer ist denn das? Na, die bekannte Kinoschauspielerin. Herr Stieglitz, ich bitte Sie inständig. Sie werden doch keine Geheimnisse von Ihrem Kompanion haben. Da steht ja auch eine Witwun. Herr Wittwun, jetzt ist Sie doch mal vor, nein? Ihr heiß geliebter Max, in ewiger Liebe zur Erinnerung an süße und vergessliche Stunden. Ja, ja, ja. Herr, ja, ja. Herr Stieglitz, sind Sie dieser heiß geliebte Max, der mit dieser Dame her süße, unvergessliche Stunden gehabt hat? Ich bin sprachlos. Ginchen, sag du was. Also, Herr Stieglitz, das hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Ich bin ganz überrascht. Na, überrascht? Ich bin schockiert. Herr Stieglitz, Ihr Privatleben, geht mit Beleihe, will ich sagen. Aber wie können Sie die Frechheit... Ginchen, das weißt ja noch gar nicht. Die Frechheit besitzen, mich um die Hand meiner Tochter voranzubinden. Das finde ich ein starkes Stück. Also, ich begreife dich nicht. Du hast es hier mal am wenigsten nötig, mich moralisch zu entrüsten. Lieber Herr Stieglitz, ich denke anders darüber als Seibold. Ein Mann soll sich ausdoben. Vor der Hochzeit natürlich. Dass Sie dabei so einen guten Geschmack gewesen haben. Eine so schöne, elegante Frau wie Ritere. Weil, was muss Sie das gekostet haben? Sieben Schilling. Muss diese Frau Sie geliebt haben? Aber nein, reden bin ich drüber. Ich schätze Ihre Diskussion und will nicht weiter in Sie dringen. Na Gott sei Dank. Herr Stieglitz, würden Sie mir das Bild für einige Augenblicke überlassen? Bitte sehr. Dankeschön. Küss, küss. Die Frau ist, die Frau, die Frau. Sie sind so valant. Das bin ich ja gar nicht von Ihnen gewöhnt. Aber das ist noch gar nichts. Bitte sehr. Für mich, diese schönen Blumen, lieber Herr Stiglitz, sie erscheinen mir heute in einem ganz anderen Licht. Auf Lausinn, Herr Stiglitz. Seh sie, Stiglitz, es funktioniert. Wunderbar. Und wie ich mein Kindchen kenne, und darauf können wir uns verlassen, als sie jetzt schnurrstreich zu meiner Tochter und erzähle, dass es früh war und spätestens in einer Stunde, weil sie es ganz wieder macht's da, oder? Ja, sie wird doch keine Schrecken, ja. Das macht doch nichts. Hauptsache, ja, das erregt, was wir wollen. Und wir verschwinden jetzt da, denn die Lunte ist gelegt. Na, hoffen wir mal, dass Sie die Lunte nicht riechen. Blüte, und Sie... Sie werden sehen, der Name Felner fliegt haushoch aus dem Haus hinaus. Und Sie sind ab jetzt der Ahnenkorb. Kommen Sie, die Kinder. Herr Stiglitz, ich bin durch Zufall draufgekommen. Er hat dieses Foto hier verloren. Er hat mit ihr ein regelrechtes Verhältnis gehabt. Nein! Doch! Oh! Sie verzeugt mich selbst. Verhaftet, sie ist es. Das kann ich mir aber gar nicht denken, mein Kind. Und wenn eine Frau schreibt, in ewiger Liebe, zur Erinnerung an süße Stunden, dann sagt das doch alles. Ja, wirklich! Boah, das muss ich so vorn. Lede, komm mal schnell rein! Was ist denn, Lerte? Wie ist das passiert? Du kennst doch die berühmte Rita Ray. Natürlich! Ich hatte doch gestern erst in den Luna-Rechtsspiel gesehen. Da spielt's doch diese Woche das tolle Stück. Im Todesverein, eine himmlische Frau. Denkt ihr, Herr Stiglitz war jahrelang ihr Geliebter? Herr Stiglitz, das ist doch ein Faubel. Ja, wieso denn? Der Herr Stiglitz ist doch ein sehr starklicher Mann. Und wenn das mir nicht glauben ist, hier bitte. Hier hast du Spaß. Ihren heißgeliebten Max in ewiger Liebe. Oh, wie romantisch. Aber dass eine Frau wie Rita Ray, ja doch alle Männer zu Füßen liegen, sich gerade einen Mann aussucht wie Herrn Stiglitz. Erlaube mal, ich fand Herrn Stiglitz schon immer sehr interessant. Ja, Freilich, er ist kein Mode-Affe. Nein, so geschnickelt wie Herr Felner ist er allerdings nicht. Er hat sowas Geniales. Frohe Stierl zum Beispiel. Herr Felner sieht doch nur gegen recht unbedeutend aus. Na, und wenn eine so berühmte Schönheit wie Rita Ray ihn so abgöttisch liebt, dann wird sie auch sicherlich wissen, warum. Meine Mama hat immer schon gesagt, Herr Stiglitz, das wäre eine Macht für mich. Hört sich, mach dir da mal keine Hoffnungen. Ich hab dir ja vorhin schon erzählt. Er hat mir vorhin erst auf dieser Stelle einen Heiratsantrag gemacht. Und wenn ich wollte... Psst, da kommt er auch. Er ist doch ein schöner Mann. Ein interessanter Mann. Lieber Herr Stiglitz, ich hab ganz vergessen, Sie für morgen zu Tisch zu kommen. Sie machen uns doch die Freude. Wieso denn? Ist morgen schon wieder Sonntag? Ja, natürlich, Sie sind uns jederzeit willkommen. Sehen Sie, sehen Sie, es funktioniert. Und außerdem gehen wir heute ein ins Kino. Ach ja, aber was ist hier ins Kino? Ja, zum neuen Film von Rita Ray. Alles so interessant und schön, nicht wahr? Und Sie, lieber Herr Stiglitz, Sie sind doch so lieb und besorgen uns eine Loge. Was mich das Verhältnis schon Geld kostet. Sie kommen natürlich auch selbstverständlich mit. Ich? Ja. Das ist mir peinlich. Ach, bitte, bitte, mir zu Liebe. Ach ja, wir machen, wir gehen alle ins Kino. Ach ja, wir sind alle ready. Meinetwegen bei der Gelegenheit, der ich Sie wenigstens mal kennen. Ach ja, wir gehen alle ins Kino.